Ich habe die letzten zwei Wochen vom Lagerhaus Technik Center über deren Service Rentflex einen neuen Gentier Traktor, genauer gesagt einen 7250 R, zur Verfügung gestellt bekommen und konnte diesen an meinem Betrieb testen. Ich bin von Rentflex einfach total begeistert. Man bekommt zu seinen Arbeitsspitzen einen tiptop neuen Traktor im besten Wartungszustand zur Verfügung gestellt und muss sich keine Gedanken darüber machen, dass hier noch etwas repariert gehört oder hier noch eine Einstellung getätigt werden muss. Es ist einfach traumhaft. Ich finde die Idee Rentflex einfach wahnsinnig toll. Man kann sich ganz einfach und bequem zu Hause am Internet seinen idealen Wunschtraktor aussuchen und diesen dann am nächstgelegenen Standort abholen. Ich habe meinen neuen Gentier Traktor erhalten und auch gleichzeitig eine Einschulung eines Lagerhaus Technik Centers Fachmannes. Und das war einfach so einfach für mich, dass ich sofort am Feld losstarten konnte. Abgesehen davon, dass ich mit einem neuen Gentier Traktor fahren durfte, hat dieser auch ein Lenksystem darauf. Und es ist einfach so toll gewesen, mit einem automatischen Lenksystem fahren zu können. Es ist einfach purer Luxus und man kann sich auf so viele andere Dinge am Feld konzentrieren, dass ich es auf keinen Fall mehr missen möchte. Ich würde jederzeit wieder einen Traktor über das Lagerhaus Technik Center und Rentflex beziehen. Denn es ist einfach wirklich bei den Arbeitsspitzen ideal, wenn man einen weiteren Traktor zur Verfügung stehen hat und diesen auch noch effizient am Feld nutzen kann.